Ich kann nicht lieben. Was verlangt du, Meister? Wie lang ist der Weg? Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Ach, der ist nicht so weit. Zum Glück ist er nicht so weit. Hält. Hält. Zur Sicherheit hau ich einfach nochmal alles mit Türmen vor, obwohl es wahrscheinlich nicht so notwendig ist, aber was soll ich. Die Rohstoffe habe ich ja. Was soll ich damit sonst machen? Einen Keks backen oder sowas. Wie viel brauche ich um das nächste Einhandlimit? 2500. Das kriege ich doch nicht mehr. Vor allen Dingen, weil niemand mehr im Nahrungslager ist. Was ist das denn für eine Scheiße? Beeil dich ein bisschen, Feuerelementar, bitte. Habe ich den gerade zum Nahrungslager geschickt? Der wird niemals da ankommen. Alles, was ihr wünscht. Ein ehrloser Hinterhalt. Oh, zerstört sich, Feuerelementar, wenn ihre Verstecke verdichtet sind, müssen sie in der Schwer zurückkehren. Eins noch. Eins noch. Ich finde das hier richtig eklig, aber was soll ich machen? Ich brauche es. So, Feuerelementar, bitte, 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 bitte Elementare um seinen kleinen Finger wickeln. Ich schicke hier auch noch mal einen Hellwoken, falls er jemals ankommt. Auslöschungsstufe 8... Aha, ich bin an der Stufe aufgestiegen. 72... Ausdauer... Wie viel Leben ich mittlerweile habe, ist echt krass. Es ist immun, merkt ihr es nicht? Halten. 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 Sehr schön. Gleich ist es vorbei. Der Feuerengel wird stolz auf mich sein und dann werde ich ihm zerschmettern. Wo darfst du denn denn? Hast du was erschnuppert? Gebt euren Befehl. Dich, du Hürste, dann greif mal ruhig an. Das Vieh macht halt nicht besonders viel Schaden, aber... ...es schlägt relativ schnell zu. Er kommt an, aber fast tot, ja. Sehr gut. Aber achtet darauf, dass die Lichter dich da löschen. Das tue ich die ganze Zeit, du Vollfuss. Wir sind der Stadis Nahen. Und jetzt! Stirb! Wann ist es endlich zu Ende? Erlöse mich! Spellforce! Bitte! Spellforce! Spellforce, mach Schluss, bitte! Ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend. Oh Gott! Oh Gott! Sie kommen nochmal. Sie wollen zum Feuer, sie wollen es löschen. Geschafft! Und jetzt! Wie lang noch? Bitte! Äh, 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 äh! Äh, 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 äh! Bitte! Bitte! Nein! Wie lange soll ich die denn noch halten? Ich kann es nicht mehr. Es wird knapp, meine Freunde. Es ist feuerndefähig. Alle guten Dinge sind drei, oder was? Dann wäre jetzt noch eine Welle vor uns. Da kommt sie ja schon. Erledige ihn! Ich verstehe nicht, wie lange man das halten muss. Was soll ich jetzt machen, Zuschauer? Bald sind sie wieder in unserem Land. Was ist deine Definition von bald? Mein Herr, ich habe mit euch eine gute Wahl getroffen. Endlich! Uff! Alle verfügbaren Einheiten nach unten. Denke ich doch zumindest mal, oder? Immerhin steht da nichts mehr davon, dass ich sie halten soll. Also halte ich sie jetzt auch nicht mehr. Ja, wie viel brauchen wir wohl für den Feuerengel? Ich weiß nicht, wie stark der ist. Er wird mit Sicherheit nicht gerade schwach sein. Arim, spende mir Kraft. Halte zu euch, Männer! So. Endlich. Damit sind die Glutfänge im Grunde so gut wie erledigt. Nur noch der Feuerengel steht zwischen mir und dem Abgrund, den wir bald erreichen werden, damit wir den Fialdark aufhalten können. Die dunklen Götter dürfen nicht zurück nach Eokom. Außerdem müssen wir Senvern befreien, die ja in der Gewalt des Fialdarks ist, damit sie Arin besimpft den Kahn Arin. sind nicht abräumt. Heute müssen wir das hier in den Kahn Arin